Taichung ist da, endlich ist der im Zellertal angekommen. Am Samstagabend, ja fast schon, 20.24 Uhr war es, ist er von Frank Baumann vorgefahren worden von dem Mannschaftshotel, Posthotel ist das hier in Zell am Zeller. Naja und am Tag drauf stand er schon auf dem Trainingsplatz. Eigentlich war die Trainingseinheit für 10.30 Uhr angekündigt, aber um 9.30 Uhr rauschten die Bremer Radfahrer, so nenne ich sie mal, schon an unserem Hotel vorbei und kam dann hier auf den Trainingsplatz und einer der ersten war auch Taichung. Und was macht der junge Mann? Der begrüßt uns erstmal ganz freundlich mit einem Good Morning. Dann ging es auf dem Platz, sah ein bisschen lustig, übrigens unter seinem Fahrradhelm da diese riesen Mähne zu verstecken. Naja und dann ging es auf den Platz, erst wurde so ein bisschen leicht und locker trainiert, als Spielform, da fiel dann Taichung auch gar nicht so sehr auf. Aber dann wurde zwar nur Standards trainiert, aber da ging es dann ordentlich zur Sache. Da gab es dann auch drei Situationen, wo es durchaus heute Elf mit ergeben können. Ach wisst ihr was? Schaut es euch doch einfach mal an, hier ein Best-Off von Taichung am ersten Tag bei Werder Bremen. Wir sehen uns so sehr, was auch mal an, hier ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020